So, Vataganski mit Racketeer und... Egal was abgeht, ich muss Sachen mitnehmen. Weil jetzt... ich will Revanche für das Dungeon. Daher... und auf dem... Was man auch lieber von mir Sachen kaufen kann, die nicht so viel wert sind, dann habe ich mir nichts auf dem Lager. Und den sogar noch mehr. Und... natürlich. Das können wir später ja immer noch verhökern. Und scale. Und auf zum Markt. Hi, Tiel. Hey, hi, Tiel. Hi, Rackete. Falsche Stimme. Tiel. Bist du okay? Du siehst nicht gut aus. Nur ich... Ich ausgeratete Mr. Sweet Stemmenpuff für unter 30 Minuten. Was? Selbst ein Hungrier Lurie könnte das nicht so schnell essen. Es war wirklich hart. Aber es war so... Es war gut. Und... Und weil ich dieses Challenge geschafft habe, war alles kostenlos. Aber... Wie hast du das alles reingekriegt in deinen kleinen Körper? Um es mal so rauszudrücken. Du weißt es doch. Für etwas findest du immer irgendwo Platz. Ja, aber... Hehehe. Hehehe. Also was... Futtern wir als nächstes? Aber gerade will die ihn platzen oder was? Ohch. Man weiß nie, man weiß nie! Und... ennesmal sehr nicht vorbereitet und das so mit. Mehr brauch ich jetzt nicht also... Town Square. Guten Tag! Hallo! Kleine Rackete... Arbeit ist hart, hoffe ich. Ah, und Sie sind auf einem Spaziergangstall? Ja, das bin ich. Es macht mich glücklich, an Tagen rauszugehen wie diesen. Spazierengehen im Sonnenschein ist gut für die Seele. Ja, klare Tage sind schön. Du bleibst und bleiben Sie dann auch zu Hause, wenn schlechtes Wetter ist? Ha, nö. Sonne ist gut für die Seele und Regen stärkt den Körper. Nebenbei, die Stadt sieht anders aus. Sieht schön aus, wenn an regnerischen Tagen oder so ähnlich. Dann gehen Sie also jeden Tag raus. Nun, um es kurz zu sagen, ja. Ja. Wir zur Erde könnt ihr das lustig finden. As well. Okay. Oder so ähnlich. Aber jetzt geht's. Tiel, wir haben Rache. Und diese Rache heißen wir ein. Und was brauchen wir noch? Da haben wir, genau. Wie viel Zeug ich schon mal mitnehme? Roast Chicken. Bestimmt keine Roast Chicken, die sind zu lecker. Ich glaube, sie hat einen Obsidian-Turm ausgerüstet. Ja, und ich habe mal wieder zu viele Items dabei. Egal, wir sind halt. Item, wo haben wir es? Ja, gehen wir. Drei HP mehr. Ja, gehen wir. So, und jetzt schnell nach oben, weil ich will wirklich Out-Schnell-Rache annehmen. Und ich habe mir mal wegen der Zeit, die ich noch habe, überlegt. Theoretisch könnte ich auch nur eine Stufe am Tag machen, und dann würde ich immer noch zur letzten Ebene früh genug kommen. Aber vielleicht mache ich das, wenn die Bosse besonders böse zu mir waren. Obwohl, der war ja schon irgendwie besonders böse. Ups, wir haben auch gar nicht noch richtig einen Pfeil drin. Oh, ein Sand-Amulett. Okay, ein Sand-Sand-Amulett. Oh, oh. Psykos. Tod. Und noch mehr von denen. Wie die schneller sind, teilweise ist die Weg im Drehen. Ich schüße sie dorthin, bevor ich überhaupt dort bin. Hehehe. Hau ab. Hau, los, Abzug. Danke. Also den schnapp ich mir auch noch. Dan, dan, dan. Oh, Ausgang, Ausgang. Nee, tata, höher. Ich sagte, tata, höher, T-L. Tata, her. Oh, was hat mich doch, er wisst. Gut, level ab. Schön. Verdammt, daneben. Oh, was haben wir drin, was haben wir drin? Wie ist denn selbst dabei? Jetzt machen Sie bitte keinen besonderen Schaden, sonst landen Sie noch nie so. Halt! Nase! Ich habe jetzt mal deine Nase. Ich habe deine Nase, kleiner. Ja, genau. Kondische Etage, 13. Ich komme. News, Attack Power, Double 4, Shit! Everyone, use this, Shit for me! Lecker. Hm, keine Ahnung wie es wirklich schmeckt, aber trotzdem einfach sagen lecker. Einfach schon als Kumpel. Da-da-da-da-da-da-da-da... Ja,st du da? Wir fern auf ganz... Oh. So, jetzt aber. Bin ich denn wieder dran? Binnen? Ja, ich bin dran. Eirtoast, Eirtoast, jetzt gibt es Eirtoast. Eier, Eier, wir brauchen Eier. Malt, halt, 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 falsches Spiel. Eier, wir brauchen Eier. Hm. Oh oh. Scheiße. Einfach schnell durchrennen und hoffentlich getroffen zu werden, wie hier was gerade irgendwie geklappt hat. Weißt du, jetzt bin ich am abkratzen wegen dem scheiß Schnee. Ich hasse diesen Schnee. Ich hasse ihn einfach. Ich schätze, jetzt weiß jeder warum. Aber endlich. Ich brauch mögliche Schnee Erfahrungspunkte für das nächste Level. Was ist das? Ah, gut, nur so ein kleiner. Ah, Mami. Ah, Mami, genau. Ich kann auch vorsichtig sein. Nur spiel ich das nicht so gerne vorsichtig. Da wär's ja langweilig. Hm, 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 hm. Oh, nee. Ich würd dir am liebsten ewig lang auf der Stelle stehen bleiben. Hm, 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 hm. Wie schön ich im Stehen laufen kann. Okay, jetzt ist es wieder normal, jetzt ist es wieder normal, ich kann weiterlaufen. Na, vorhin bist du gesagt, gestorben ist wohl schon, egal. Los, komm, 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 dann habe ich... Schlag endlich zu! Aber kein Ausgang. Wir müssen in die nächste Ebene, Leute. Tayaki, aber ich brauche keine Sicherheit, nicht, nehme sie trotzdem mit. Ich hätte nur nach unten laufen müssen, da wäre es schon gewesen. Konsumenten haben jetzt Effektivität. Autsch, dann geht's, lass uns das. Essbare Gegenstellen, da haben nur die Hälfte ihrer Effektivität. Autsch. Bei jedem guten Haltstand, Gegenstand. Oh nein, 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 Treff. Ja, A, A, Ja, Ja. Ja, A, Ja, Ja. Nein, 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 nein. oh 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 n the it's just a bag hmm and wait oh Geben, mal schnell und trauen, die debattest. Gut das war es in ihr. So jetzt werden wir auch mal los. BBB, head here. Kannst du einsetzen? Okay, wir können nichts mehr tragen, wir sind bereits voll und da ist viel zu viel. Wir sind einfach unberechnet. Hey, ich bin zur Seite gerannt, jeder hat gesehen, ich bin zur Seite gerannt. Ich bin zur Seite gerannt, ich bin zur Seite gerannt. Habe ich noch etwas Leichtes zum Heilen? Ich habe doch genau. So und jetzt wird gebombt. Ich hoffe, ich werde noch während des Kampfes wiederum haben. Jetzt geht's weiter! BAM 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 BAM! BAM 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 BAM! Geh, super, super! GERHIE! Uuuh, GERHIE! GERHIE! Was geht jetzt wieder runter, ist das gerade extrem leck? Das leckt auch bei mir so Also das ist keine Nichtigkeit nochmal, viele viele Tage habe ich Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Also, das hat uns gesagt, 50 Ebenen, 50 immer vier, fünf, das sind zehn, ich habe 13 Tage, drei Ebenen habe ich schon, das sind sieben Ebenen in 13 Tagen. Ups, bin ich gerade in die nächste gerannt? Okay, bin ich schon ein bisschen weniger, aber egal. Eigentlich wollte ich jetzt schon mal in die Ebene zurück, aber egal. Ich habe keine Wahl, jetzt muss ich das machen. Und es vor allem schaffen, ich habe keinen Deck nochmal gegen irgendeinen Ambus, gegen den nächsten Boss zu verlieren. Wobei die Finsen wahrscheinlich auch schon wieder fast weg sind. Scheiße. Na los. Gut, schnell kann doch ganz praktisch sein. Ups, eigentlich ganz praktisch, da wollte ich sowieso hin. Wir können nichts mehr tragen, das lässt sich doch ganz schnell ändern. Siegel weg. Und wir haben einen Schiff. Bis auf, wir haben mittlerweile genug Tayaki, sorry. Wie geht's? Ich mache das. Das ist das, das ist das. Okay, da haben wir was drin, was schmeißen wir jetzt weg? Eine Nase. Wir wollen nur eine Maximalswatt an den Baum, oder? Nein, wahrscheinlich mehr, aber trotzdem egal. Okay, eine Etage nach oben. Abenteurer-Movement. Steak increase, aber nur für mich diesmal. Oh, jetzt war das Schönerreich war da das Teil. Und, und, nichts drin, okay. Halt, es ist was drin, nur ich hab's nicht dabei, also... Dann eben das weg. Ja, noch ein Messer. Ja, noch ein Messer. Bis jetzt geht's. Oh, okay, das ist es so ein Messer. Ah, ist gut. Ich hab hier diesen weg, dann kann ich ja raus. Rotes Öl, rotes Öl, rotes Öl, es ist rotes Öl, Heilung Care. Mit dem roten Öl, was kann ich was anfangen? Okay, 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 wir haben... Es gibt unbedingt viele Räume, aber wir haben solche, die auf das zu treffen, was es nicht ist. Mal sehen, erstmal ganz unten, dann mal links, rechts, das erste. Das einzige gleichzeitig. Wollt es von allen Gegnern auch noch so eine Kombi sein? Äh, jetzt. Mal sehen, aus. Scheiße. Ja, auch nix. Ja! Ja! Ey! Ich geh! Ja! 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 Joll, alles! Ziemlich! Schwże! Ja! Okay, sie ist nicht in jedem Teil des Dungeons, also nächste Ebene. Was hast du gerade eben gesagt? Nein, ich meine, einsammeln, das lässt sich ändern. Ähm, Shell. Ein Sandglas, okay. Das heißt, ich kann eine von den Sanduhren da oben anbieten. Also, wie viel Heil... Wie viel Heilung habe ich? Eins, zwei, drei. Genug. Den Sandcharum noch angezogen. Nur hoffen, dass mich nichts Böses erwartet. Oh. Kampftaktik unbekannt. Bam. Bam. Böse. 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 Oh oh. Heilung her, Heilung her, ich will es gar nicht erst frisieren. Böse. Der war einfacher. Aber dies war das Gauho und ich will wissen. Rein da. Wenn noch mal zum letzten Mal geht. Können, Können. Kanberette ne? Ne, ne. Pflicht abends, aber jetzt wird verrückert. Pure Edge. Schiffmesser. Silber Gauklet. Silber Ausdunk, so. Die Hand ist überwörtlich und hier, der stärkste Armband. Oh mein, hehehe. Silver Photo Stand oder Golden Pendel. Und like this. Willkommen. Willkommen. Wie viel? Danke. Wie viel? Willkommen. Wie viel? Wie viel? Danke. Danke. Sie haben gekauft. Willkommen. Wie viel? Wie viel? Danke. Sie haben gekauft. Willkommen. Wie viel? Wie viel? Wie viel? Danke. Sie haben gekauft. Wie viel? Wie viel? Wie viel? Wie viel? Willkommen. Wie viel? Danke. Wie viel? Ich bin fertig. Hallo. Wut? 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 Danke. Wut? 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 So, passt hier durch, für 800. Danke. Danke, dass du sie kaufst. Danke, dass du sie kaufst. Danke, dass du sie kaufst. Das war's. Das war's. Was ist das? Ich bin ein bisschen zufrieden. 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 Warte, bitte. Einen Moment. Würdest du bitte... Was für eine Erklärung, Bäm? Ist irgendwas hier? No, nun... Es wird Zeit, dir eine Wedding-Maschine zu erklären. Okay, die Erklärung können wir uns schenken. Habe ich schon die erste? Die werde ich gleich als erstes erzählen, wenn ich gleich wieder dran bin, also. Hey, bis zum nächsten Mal. Bis gleich, Leute.